Theodor Mommsen – Das römische Imperium der Cäsaren Anhang Die Weltepoche des römischen Imperiums bis zum Zeitalter Justinians von Leopold von Ranke. Aus seinen Vorträgen vor König Maximilian II. von Bayern über die Epochen der neueren Geschichte. Römisch I – Grundlagen des römischen Reiches – Überblick über die ersten vier Jahrhunderte unserer Ära